Jo Freunde, das ist Leukerski, GambleJoy ist zurück, eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Five Gringos Casino, ich habe eine Balance von Sagen und schreibe 78.000 Euro überkrank. Wir gehen heute auf Book of Tut, 4.500 Euro Bonus Buys. Wir gehen rein, let's go. Ja, oben, 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 Katze, Katze. Ja, Katze, aber mit 4 Katzen gestartet, 45 Euro fach wir gehen rein. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die es nicht glauben können mit der Balance, schaut euch gerne meine letzten Videos an. Es ist einfach nur geisteskrank, was ich abgeliefert habe. Und wie viel Lack ich auch hatte, muss man auch ehrlich gestehen. Ist ja auch nicht immer die Realität so, ne? Let's go. Schade, Verlängerung wäre natürlich super insane. Boah, jetzt Verlängerung? 2x2, war ja klar. Come on. Ich mach was. 4.000 Euro bei. Ein Vollbild würde ich noch retten. Na, aber ein Vierer. Auf 45 Euro ist das schon was. 1.125 Euro. 2.300, jetzt noch ein Vollbild? Nein. Minus 2.000 Euro. Mies. Geh so rein. Let's go. Let's go. Ich dachte, der geht rein. Boah, der hat ekelhaft durchgerutscht. Komm schon. Ja, manchmal hat man, finde ich, Lack. Dann geht der direkt danach so rein. Wir gehen nochmal rein. 4.500 Euro, 4.500 Euro, 4.500 Euro. Volle Reihe K, nice. Nice. Wir gehen gut rein. 877 Euro, 50 Euro. Let's go. Das macht ein geiles Symbol. Wohl. Du brauchst schon Vierer, ne? Schade, hätte ich genommen. Da oben hängt das Blut. Das wird schwierig. Komm schon. Ah, schade. Ein Vierer wär's gut. Ich kann gar nicht mehr sprechen, wenn ich mir so gönne. Ein Vierer wär krass gewesen. Wieder Minus 2.000 Euro. 78 sind wir gestartet. 5.000 Euro verloren bisher. Aber ich spiele auch auf 50 Euro. Mir war das dir schon bewusst. Let's go. Come on. Ich mach's nochmal. Jetzt hau was raus. Bug auf Tut. Okay, Ass. Ass ist gut. Ass hatte ich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ja klar, da wären viel Mascara-Bähnen jetzt schon. Egal. Let's go. Mach's Ass einfach. Freu-Bähn oder so. Das wär's. Ja, Verlängerung. Verlängerung. Oder Ass. Mann. Sah nach so viel aus? War gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Minus 8.000 Euro war das, ne? Klub Royale, VIP, Blackjack, wir gehen rein. Wait for the next game, ja, ich warte, let's go. Oh, okay, die hat eh 20, alles klar. Er hat sich auch irgendwie 20 Amorals. Let's go, eine Hand. Einfach nur gewinnen, come on. Klub Royale, VIP, Blackjack, wir gehen rein. 10.000 Euro Hand. Ja, Blackjack, komm. 19 gegen 9, okay. Ah, jetzt, kein Push. Ah, Push. Come on, jetzt. Einfach die Hand gewinnen, nur die Hand gewinnen. Let's go, let's go. Come on. Krass. 7, 7, 8. So viel. Ja. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Let's go. Wir sind hoch, wieder auf 77.000 Euro. Das war zu krank. Das war geisteskrank. Ich gehe raus. Falls ihr auch mal zu Hause wollt, check die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kannst du dich mal spielen. Bitte nur mit dem Geld, was ihr wart. Ich hatte heute noch mal Glück. Hau rein und macht's gut, euer Game Manager. Ciao. Bis zum nächsten Mal.